Beim Blick in mein Depot gibt es eine Aktie, die liegt schon seit einiger Zeit in meinem Depot rum und hat aktuell eine Kursperformance von minus 34%. Und aus der Community gab es jetzt auch die Fragen, hey GD, mach mal bitte ein Update wieder zu Enphase. Vor allem auch aufgrund der ein bisschen auch politischen Einwirkungen mit der Präsidentschaftswahl. Ich werde jetzt hier versuchen, das so weit wie möglich auszulassen. Aber natürlich gibt es jetzt für Aktien, die im erneuerbaren Energienbereich tätig sind und hier ist ja Enphase auch tätig in dem Sinne, hat es natürlich auch Konsequenzen. Und ich will euch mal ein bisschen auch mein Update geben zu der Position, die ich aktuell in meinem Depot habe von Enphase. Es ist nicht die größte Position, aber es macht schon durchaus 2% meines Depots aus. Und wenn man sich mal den Kursverlauf anschaut, dann sieht dieser nicht ganz so rosig aus. Also an sich, wir sind vom Peak bis jetzt sind wir um 70% nach unten gerauscht. Ja, ich habe hier im Peak nicht gekauft. Das war nicht der Zeit meiner Ansicht nach, um die Enphase Aktie zu kaufen. Aber ich habe, wenn man mal hier in mein Depot schaut, ja meine ersten Käufe waren dann halt auch im Jahr 2023 und dann halt verteilt in mehreren Traschen. Das mache ich ja grundsätzlich immer gerne, um mir halt einfach so einen schönen Durchschnittskurs zu sichern. Aber die Aktie steht natürlich trotzdem über 30% tiefer als mein Einstandskurs. Und die Frage ist, würde es sich jetzt lohnen, vielleicht die Aktie nachzukaufen oder tatsächlich eher zu verkaufen? Beim Aktiennachkauf bringen dann jetzt auch viele aus der Community ein bisschen ein. Ja, wenn jetzt Trump gewinnt, dann sieht es ganz übel aus für die Aktien aus dem erneuerbaren Bereich, aus dem erneuerbaren Sektor. Aber hier gibt es ja auch schon ganz viele Gewinner- und Verliererlisten, je nachdem, wer gewinnt. Also ob dann Trump gewinnt oder Biden gewinnt, was eher unwahrscheinlich wird. Oder sich auch die Frage stellt, ob er es überhaupt schafft, in die Wahlen reinzukommen, noch als Kandidat oder eher ersetzt wird. Das stellt sich ja auch aktuell. Da stellt sich die Frage, okay, wird dann der Bereich hier Clean Energy, wie es hier auch bei Barons heißt, wird das der Schmerzbereich sein. Also werden diese Aktien noch mehr leiden. Und wenn man aktuell mal auf die Schätzquoten schaut, auf die Gewinnquoten, wer denn tatsächlich Präsident wird, dann führt hier Trump. Das heißt, man muss auch gewissermaßen sagen, dass hier im Aktienkursverlauf, vor allem auch in den letzten Wochen, das zunehmend eingepreist wird. Also es wird zunehmend eingepreist, dass Trump gewinnt. Und wenn er gewinnen sollte, dann herrscht eben die Meinung, dass das sehr negativ wäre für Enphase. Hier muss man aber gleich mehrere Sachen mit hinzufügen. Also zunächst einmal, wir hatten ja schon eine Trump-Präsidentschaft. Und wenn man sich dort mal einfach nur mal zum Vergleich hinstellt und sagt, okay, wie hat sich die Aktie entwickelt unter der ersten Trump-Regentschaft? Das war irgendwann im Jahr 2017, Januar 2017, also hier, Moment, ein bisschen näher heranzoomen. Also Januar 2017, hier aus dem Nichts und dann bis 2021, also hier im Peak. Und dann ist ja Biden gekommen. Auch da gab es nochmal ein neues Peak und seitdem sind wir runter oder ein bisschen vom Aktienkurs auch runtergekommen. Hier stellt sich eher vielmehr die Frage oder die Aussage, dass es eigentlich vollkommen egal ist, wer Präsident ist, ob Trump oder Biden, für die Aktien, für die Unternehmen. Wichtig ist, dass das Kern des Unternehmens funktioniert und nicht politisch komplett angreifbar ist. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo in der Branche aktiv bist, wo eine neue Gesetzesänderung dann dich komplett irgendwie von den Fugen hauen könnte, dann ist es schwierig. Aber wie man sieht, hat die Enphase diesen ersten großen Run, hatte es ja auch unter der Trump-Regierung. Und ja, es gab da nochmal einen Peak unter Biden. Das heißt, im Endeffekt würde ich hier aus der politischen Brille tatsächlich das versuchen, so weit wie möglich zu ignorieren. Jetzt für Enphase ganz speziell. Denn Enphase ist an sich ein Unternehmen, das ist jetzt profitabel. Das ist mega profitabel. Und ja, Enphase profitiert von Subventionen vom Staat. Aber diese sind nicht, ich sag mal, diese sind nicht der Hauptausschlaggrund. Denn wenn diese Hauptausschlaggebend dafür wären, würden wir nicht diese Umsatzentwicklung sehen. Die Umsatzentwicklung bei Enphase hat ihren Peak im Jahr 2022, 2023 gesehen. Und dann ging es ordentlich bergab. Und hier stellt sich dann eher die Frage, macht es wirklich so einen großen Unterschied, ob jetzt Trump oder Biden gewinnt? Denn klar, vielleicht senkt Trump dann die Steuern für Öl oder halt für Verbrenner. Und das wird eher wieder ein bisschen bevorzugt. Dann könnte es ja sein, dass es da mehr Konkurrenz gibt oder die Leute sich dann weniger Solar aufs Dach hauen. Vielleicht streicht Trump ein paar Subventionen auch. Aber auf der anderen Seite ist jetzt viel mehr Enphase abhängig davon, wie sich die Zinsen entwickeln. Also wenn man tatsächlich jetzt eher sich überlegt, lohnt es sich Nachkauf, lohnt es sich ja vielleicht sogar zu verkaufen vor der Wahl, würde ich eher daraufhin mir überlegen, wie werden die Zinsen sein? Also wie wird die Zinsentwicklung sein? Und wenn die Zinsen weiterhin relativ hoch sein werden, auch von der Zentralbank bedingt, dann tut sich Enphase sehr, sehr schwer. Weil diese Investitionen, die sich jetzt auch Privatunternehmer erstmal leisten müssen, die werden auch vor allem weiterhin in den USA fast komplett finanziert. Und solange der Finanzierungsmarkt noch nicht komplett auf zwei Beinen steht, sinkt eben die Nachfrage. Und das sehen wir jetzt hier auch in der Umsatzentwicklung. Die Analysten gehen schon davon aus, dass der Umsatz wieder anziehen wird in den nächsten Jahren. Und davon gehe ich auch aus. Die Dynamik hängt aber maßgeblich davon ab, wie sich die Zinsen entwickeln. Und davon wiederum bedingt Inflation. Also im Endeffekt will ich auf eins hinaus, ich würde jetzt Enphase auch in meiner Analyse an des Unternehmens weiterhin sehr stark aufgestellt, um diesen ganzen erneuerbaren Energienmarkt mit abzudecken. In einer sehr großen Marge mit sehr schönem Cashflow. Und es ist nicht wirklich abhängig davon, wer jetzt Präsident sein würde. Und vielleicht ergeben sich sogar im Moment tatsächlich Chancen, wenn jetzt der ganze Markt vielleicht auch in den nächsten Wochen in Panik gerät. Also ich sage mal, der ganzen erneuerbaren Energienmarkt in Panik gerät, weil sie jetzt Angst haben, dass Trump Präsident wird. Und die dann sagen, ja dann geht hier für diese Aktien, wird es eine Vollkatastrophe. Davon würde ich jetzt tatsächlich nicht mal zwangsläufig ausgehen. Aber natürlich auch hier, ganz wichtig, im Endeffekt geht es auch darum, sein Portfolio auch trotzdem diversifiziert, soweit es wie möglich geht, diversifiziert zu lassen. Und hier hat bei mir jetzt eben Enphase auch 2,6% des Depots. Vielleicht stocke ich noch ein bisschen auf, aber ich würde jetzt tatsächlich nicht in Panik geraten und schnelle Reaktionen grundsätzlich treffen. Das trifft jetzt nicht nur Enphase, sondern viele, viele andere Aktien auch in euren Depots. Ja, ich würde jetzt nicht anfangen auszusortieren und zu sagen, oh, wenn Trump gewinnt, dann ist die Aktie weg. Obwohl ich hier von der Aktie mir sehr viel verspreche. Ja, ich muss jetzt schon allein rausschmeißen, weil Trump gewinnt. Oder, oh, die Aktie, die kaufe ich jetzt nicht, weil vielleicht schafft es Biden oder schaffen es die Demokraten trotzdem noch. Ja, das passiert jedes Mal, wenn die Wahlen sind oder die Wahlen kurz davor stehen, dann kommen eben diese großen Schlagzeilen. Diese Aktien werden gewinnen, diese Aktien werden verlieren. Oftmals bewahrheitet sich das im Nachgang eben nicht so, wie es davor oftmals heißt. Ja, also im Endeffekt trefft eure Entscheidung selber, aber ich würde jetzt tatsächlich nicht aufgrund von dieser politischen Entwicklung in den nächsten Wochen, aufgrund der Wahlen jetzt tatsächlich mein Depot von Kopf auf den Fuß stellen oder sonst was. Vielen Dank, dass wir zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao. Ciao.